Gerade in so Führungspositionen, wie du es am Anfang auch gesagt hast, finde ich halt du hast sehr problematisch und sehr schwierig, so ein Führungsverständnis zu entwickeln, weil es nämlich, wie wir es immer sagen, es geht um genau das 180 Grad, das Umgekehrte von dem, nämlich man muss Menschen Vertrauen geben, Menschen müssen in einem Vertrauen bekommen als Führungskraft, also das Team muss der Führungskraft vertrauen können. Es muss so eine Transparenz und Offenheit in der Kommunikation da sein, dass ich auch mit Problemen jemandem helfen kann aus meinem Team und als Führungskraft stehe ich immer hinten und pushe mein Team und wie du es auch immer gerne sagst, man muss Hindernisse aus dem Weg räumen als Führungskraft und selbst den Credit, wo ich noch sage, das ist der einzige schwierige Punkt, den man wahrscheinlich als Führungskraft diskutieren muss oder verstehen muss, wie man mit Credit umgeht, weil man gleichzeitig durch diese Führungsposition natürlich die volle Verantwortung für Fehler übernimmt, muss, muss man und dann ist natürlich die Frage, wie geht man halt mit Erfolg um und das ist der einzige, finde ich, eine Stellschraube, wo man vermutlich noch diskutieren kann, eventuell das Buch sogar hernehmen kann, ich weiß nicht, was dann in dem Kapitel genau drin steht, aber der Rest sind halt tatsächlich Umgänge, die einen, und da gab es ein paar sehr nett geschriebene Rezensionen auch dazu, dass das halt letztendlich zu einem, ja zu einer Backstabbing, also einer hinterrücks funktionierenden Gesellschaft oder Team führt, wenn du diese Gesetze tatsächlich so umsetzt, dann führt das halt zu einer, ja, ich will nicht sagen Anarchie, aber halt zu einem sehr unschönen Ende gesellschaftlich oder halt als zwischenmenschlich, zwischenmenschlich ist das halt eine Slippery Slope oder halt so ein Teufelskreis, in dem man sich dann freiwillig hinein begibt.